Wir können alles schaffen, uns unvergessen machen, 100.000 und mehr, 100.000 und mehr. Das Behindertenzentrum Rostorf hat einen Teich, der auch einigen Fischen als zu Hause dient. Für die 72 Stunden soll er ausgepumpt und neu gestaltet werden. Besorgt euch dafür Wasserpflanzen, Teichfolie, Kies und natürlich ein Becken für die Fische als Zwischenquartier. Schafft außerdem den Bewohnern des Wohnheims einen behindertengerechten Zugang zum Teich. Baut eine Brücke aus Plexiglas und ein Geländer. Viel Erfolg! Untertitelung des ZDF für funk, 2017